Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf dem Frühling von Kalle, den Ultramappingman! Yeah, that's Kalle by the way! Guck mal, der letzte Balle kommt auf den Borgel. Läuft hier? Weiß man noch nicht, noch ist der nicht ein Dodob. Siehste, läuft nämlich nicht. Frontlader geht nicht hoch genug. Hängt Dodob. Wir haben ja wohl gelacht. Jetzt kommt nämlich die große Frage, kommen wir überhaupt durchs Tor durch? Und hier ist ja gut drauf gestapelt, Svenny, wenn das mal gut geht. Kriegen wir hin? Spanggürtchen drum? So, Abflug. Wir wollen erst mal zu den Schauf oder was hinbringen, ne? Die haben ja auch mal ab und zu Hunger. Ist doch gerade, was sind die Reifen so groß, ne? Oh, die... Durchballen. Ein Ballgreifen. Juppdidu! Juppdidda! Der Pumuckl ist da! Oh, oh, oh! Aufpassen hier, langsam! So. So. Machen wir an dem... Oh, 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 oh! Wenn das mal gut geht. Fahr mal weiter, da! Ganz ruhig, locker durch die Hose atmen. So, jetzt ist Platz genug! Hier sind wir nicht mal wohl nicht mehr hier veräppeln, oder? So, ne, nach hinten gucken, das geht meist... ...jetzt schon in der Hose. Schick, keine Ahnung. Sind wir jetzt der Tor schmaller geworden? Ganz ruhig, Sven. So, hier sind langsam lang. Nach die da hin, dann langsam nach hier hin. Langsam nach da und nicht nach hinten gucken. Dann klappt es nämlich nicht mehr. Siehste? Kalle, Kalle war schon wieder in die Kirche, ne? Die hat noch was von Leben. Oh, dunkel gar. Die brauchen wir hier doch gar nicht blinken. Ist so abknickende Vorfahrt, oder? So, ein Tiefflug zum Schafstall. Kupplung auch ganz kommen lassen. Dann kriegt ihr euch den Gang besser. Hatte mal ein Futter, ne? So, dann haben wir heute für die Schaufel. Silage haben wir. Reichen wir in unsere Futtermittel eh nicht. Ich wollte gerade sagen, passt, ne? Aber irgendwie passt es ja auch nicht. Der Linker ist kaputt, ne? Die Sicherung ist durchgebrannt. Ich habe schon mal einen Händler des Vertrauens angerufen. Ich hatte nämlich Kalle mit, da ist die Sicherungskaste, ne? Schickt keine Ahnung, ist das? Oh, die warten schon. Guck mal, wenn die langsam lang fährst, dann gucken die gleich schon. Muss dann eben noch ein Lüppelchen mehr hin? Siehste? Siehste? Siehste, kommen direkt an. Oder auch nicht. Hunger? Ja? Okay. Hier haben die. Wir müssen hier. Hier siehst du da. Land und Swinni verkehrfrei. Hä? Die Sicherung war wieder da. Hast du gesehen? Haha. So schnell wie das eingebaut. Herrlich. Ich fahr mal nicht so schnell. Sicher ist sicher. So, dann lasst uns mal eben Checkerchen machen, wo wir am besten morgen hinstellen. Ohne, dass er jetzt 5 km im Weg steht. Forst mehr. Wie ist das? Wie ist das denn hier? Wie ist das denn hier? Wann man hier. Leider nicht runter. Spohnt denn die Wolle? Spohnt die hier in Schuppen oder was? Krieg ich ja nie abgeladen. Schickere. Ist Laterne von Laternenstängel her. Denn es dunkel in der Nachtgasee. Wisstet ihr das schon? Ich kann doch gar nicht dichten. Hm. Da kommen wurde. So laut Adam Riesel. E-F-2. Stehen wir den Wormen. Jedenfalls nicht so hin. Weil das geht in die Hose. Wir sollen uns nichts vormachen. Ich kenne mich. Bisschen langsam aufs Gaspedal treten. Mit Bedacht. So. In sehen wir, wie wir ihn morgen hier irgendwie angebunden kriegen. Damit wir uns noch bescheidener hinstellen können. Das kommt ja nicht wieder rum, ne? Komm mal rum, Junge. So. Wenn die Deixe jetzt gerade stehen würde, wäre der gar nicht so uncool, ne? So. So, so, so. Bleiben wir eben kurz so stehen. Ich glaube so. Wann ist das denn passiert? Hab ich gar nicht gesehen, Mann. Wir brauchen noch eben ein Bildchen hier, ne? Von der Drama hier an Scharfstall. Druck. Danke. Wann hab ich denn die Balle aufgepiekt? Klärt mich mal auf. Schick, oder? Hab ich echt nicht gesehen. Vorbeschäftigt, den Wormen da einigermaßen einzuporken. Dann krieg ich das nicht wieder weg. Hier, guck mal. Extra für euch. Ja, das wär auch schneller da. Hätte ich in die größere Gruppe geschaltet, ne? Geht das jetzt da rein, oder? Ne. Sieht nicht so aus, ne? Bin ich nah genug dringeschoben, oder so? Das ist ja auch nicht. Hier, Junge. Ist ja was reingegangen? Sagt mal. Ich frage ja nur so für ein Schulprojekt oder so. Ja, nicht. Wir laden nächstes Mal ab. Da gibt's nur eins. Machen wir hier eben an. Das ist genau ein Fressträger. Wahrscheinlich nimmt er das jetzt eh wieder nicht an, weil er meint, er will Gras haben. Das Problem hatte ich schon mal. Lass mal jetzt da liegen. Beim Neustart soll er es wohl wieder annehmen. Das ist immer... Wir wollten nur abladen, ne? So war zumindest der Plan. Sind längse. Wenn ihr jetzt fahren könntest, ne? Wäre das ja alles kein Problem, ne? Das ist heute echt Glückssache. Weil hier so viel Platz ist. Liebes Spiel. Wenn du mich heute doch veräppeln willst, warum fängst du denn da jetzt zu spielen mit an? Sie wollen doch wahrscheinlich einzeln reinfahren. Einzeltrennen fahren. Guck mal, wir sind hinten hin. Na. Das ist ja viel für uns gemacht hier. Gleich fällt der Wagen an. Eigentlich müssten wir erst die Hinteren wegnehmen, damit der ungefähr in Gleichgewicht bleibt, ne? Oh, oh, oh. Das läuft ja heute gar nicht. Aber das wäre ja auch ein Wunder, wenn der Team mal bei mir laufen würde, ne? Wir müssten hier mal ein Gewicht zwischen Porken. Irgendwie so einen kleinen Hoflader. Eins von beiden. Nix passiert. Danke Autosave. Ich dachte schon, ich hätte mal ein Spiel. Naja, ich habe 60 FPS. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. So, jetzt fangen wir hier erstmal fünf Kilometer zurück, damit wir weiter ausholen können, damit wir da wieder besser reinfahren können. Und wenn wir das geschafft haben, sind wir die Helden. So. Was ist das für eine Kiste? Sieht da kein Nickels drin oder was? so langsam der hat einen komischen kupplungspunkt so langsam und so fein kann ich gar nicht die kupplung kommen lassen dann schaltest du den vorwärtsgang dann geht es ja aber sobald ich auf den reservat drücke das kann zeigen sie wird bis jetzt ist noch keine balle runtergefallen also von dauer her wenn wir uns nicht beschweren wenn wir jetzt nachher den worgen hier noch wegkriegen dann sind wir die helden kommen wir jetzt hier runter so ist mir ganz ruhig tief durchatmen die balle nochmal absetzen jetzt geht sie schon wieder gut heute los dann sollte man direkt kein ls spiel wir müssen hier demnächst mal so ein gewicht zwischen poppen danke danke liebes spiel dass du so gut zu mir bist ich hab da nicht mehr dran geglaubt das ist hier so ein tach du das meine ich ja das wollte ich bohren nicht noch machen das macht man eigentlich so nicht zu ihm ist immer eben wenn stiefel vortreten geht jetzt habt ihr wieder keinen hunger oder will das spiel mich gerade wieder veräppeln dass er wieder meint ja dies und das ist nicht richtig ist heune alles klar ich will mich das hier auch stellenweise veräppeln weil da jetzt wieder gras steht will er wieder kein heuer nehmen wetten wenn ich das spiel neu starten dann füttert er den ball ein danke ja was soll ich sorgen ist halt so ein leben alles gut bei euch nur meine kleine klein näher kein plan ja licht ich mal hin da gucken wir ja genau da hätte ich mich auch hingelegt wohl da sieht das gras sehr flauschig aus hier hinten sieht das so ein bisschen hätte aus als eine gute platz vor getroffen ich bin stolz auf dich so ich muss los wenn die mal ein bisschen wolle machen so nebenher oder so wir brauchen die kohle was meint ihr ja danke sehr zuvorkommt die schafe hier ne also da muss man ganz ehrlich sagen also so eine nette schaufel sich selbst selten aber liebe leute ich sag jetzt erstmal danke fürs zugucken bis hier ne wenn es euch gefallen hat würde ich mich echt über ein däumchen freuen bin ich ja ganz ehrlich und wenn es euch gefallen hat hier auf dem chaos kanal und die wollten nichts mehr verpassen dann würde ich mich echt über ein abo freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschüss 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 tschüss